. 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 Ah, du hast Kamera dabei. Ja? Also guck mal, für alle den Kühler hast du jetzt? 61. 61. Für alle 61 Kilo Leute. Was ist das für ein Gewicht wieder? Lightweight. Leichtgewicht, ne? Ja. Guck mal. . Fit ins Gewicht. Guck mal. Alle 61 Kilo Leute, ne? Deutschland. Europaweit. Ihr könnt gerne antreten. Dieser Mann klatscht alles weg. Spätestens in der 2. Runde Sachen stecken. Ach klar. Ist so. Ist so. Ich rede nur Hack. Ja. Was dieser Mann boxt? Geht auf keine Kuhhaut. Er ist ein sehr guter Junge. Fleißiger Junge. Gut aussehend auch. Hat sehr viele weibliche Fans. Und schlägt aber auch brutale Haken. Brutale Geraden. Und ist sehr beweglich. Deswegen. Frank in the bow. Ist auf jeden Fall der Nächste. Guck mal. Na gut. Schuss, schuss, schuss. Schuss, schuss. Schuss, schuss. Schuss, schuss. Schuss, schuss. Schuss, schuss. 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 Schuss.